mein herzlich willkommen liebe wargänger freunde bei jds wargänger world und meinem pain vlog der woche wie letzte woche besprochen geht es jetzt um die finalisierung der armeen ich starte hier mit meiner kleinen krieger das chaos armee die ich mal angefangen hatte und jetzt finalisiert hat mit diesen zwei schönen modellen wir fangen an bei des games workshop mit einer chimäre chaos krieger finde ich aber sowieso eines der interessantesten armee bücher was auch so besondere modelle angeht chimäre ist da definitiv eins davon und passt natürlich sehr gut in diese zentsch zentrierter armee weil zentsch und chimäre das ist ja zentsch ist ja der wandel und magie und chimäre ist ja ein aus mehreren tieren zusammengesetzt ist oder monstern zusammengesetztes ungetüm das mit dunkler magie zusammengehalten wird und dessen zorn entsprechend angefacht ist ja und auch das games workshop modell ist sehr cool hier mit diesen drei köpfen so ein seeschlangen drachen kopf ein adler kopf und ein feuriger löwen kopf aber auch das eher dämonisch dann so ein löwen körper mit nochmal extra dem schlangen schwanz und dann flügel dazu also da kommt schon extrem viel zusammen und ihr seht auch in der farbgestaltung dass ich da extrem viel an farben zusammen genommen habe das finde ich passt aber bei zentsch sehr gut der hat ja als hauptfarbe so blau und auch sonst finde ich dass man das gut zusammen mischen kann ist nicht nur irgendwie eine grau braune irgendwas chimäre macht ja wenn die wenn die jetzt kommt wenn das jetzt eine kornarmee gewesen wäre hätte ich wahrscheinlich ein bisschen roter gemacht um da auch in diese farben aufzugreifen aber dann ist er zentsch ist passt das auch sehr gut mit blau violett etc hier muss man ja fast sozusagen den entsprechenden abschnitten erklären wie ich es gemalt habe ich fange mal bei dem körper an den körper habe ich mit temple guard blue als hauptfarbe gemacht so ein ganz ganz leichten türkis stich blau aber grundsätzlich auch schon noch sehr schön helles kräftiges blau habe dann zu den tatzen vorne und hinten jeweils einen farbverlauf in einen incubi darkness gemacht was so ein leichten grün stich sehr dunkles blau ist und dann zu den flügeln die zu denen vielleicht kommen einen entsprechenden verlauf auf ein violett das ganze mit coelia green shade nehme dragen of night shade koelia ist das hier drücken hofft ist hier vorne schattiert und dann getrocken bürstete diese pusteln noch mit einem hellen violett ton sozusagen hervorgehoben und ein bisschen was interessanteres zu haben klauen in verschiedenen knochen tönen hier auch eher ein hellerer knochenton dazwischen noch mit also man blue ist einem schönen blau hier diese zwischenräume gemacht die sich dann auch sehr gut einfügen die flügel habe ich grundsätzlich mit einem hellen grau gemacht ultra und gray finde ich ein sehr schönes grau habe dann die streben in xereos purple gemacht also einem kräftigen violett was ich aber auch mit dragen of nightshade geschadet habe und getrocknen bürste dann auch mit einem hellen grau long beard gray hier habe ich vorne die klauen in blau gemacht mit dem beherrott blue und da dann mit in dieser diesmal coelia green schade drüber gegangen und ich vorne die spitzen noch mit tyrant skull den trockenbürst ton der knochenfarbe bearbeitet dafür habe ich die klauen hinten an den oder die zähne oder was auch immer das sind hinten an den flügeln dunkel gemacht morges bone schwarzer schade und dann nur vorne die spitzen mit auch dem grau ton gehighlighted auf die flügel habe ich dann bevor ich getrocknen bürstet habe noch space wolf gray ein contrast ton sehr dünn darüber gemacht weil contrast je nachdem wie man auftrag kann er ja schon sehr deckend sein das wollte ich jetzt definitiv nicht ich wollte noch den hellen effekt von der ultra und grey haben aber der space wolf gray hat eine sehr schöne farbgebung weil der so ein bläuliches grau ist und das passt jetzt hier sehr schön ich möchte ja schon den blaustich auch behalten den der das zent springt deswegen habe ich mich jetzt zum beispiel nicht für einen neuen oil entschieden also ein shade der auch da ist sehr gut funktioniert um diese strukturen hervorzuheben aber dann wäre mir dieser leichte blaustich verloren gegangen und den fand ich ganz schön wäre wenn ich jetzt das draken hofft genommen hätte oder sogar einen tyrant blue das sind die blauen shades die so gibt wäre mir das dann wieder zu blau gewesen also ich wollte genau dieses leicht gräulich bläuliche und das finde ich ist durch das space wolf gray am besten gekommen aber wie gesagt muss man dann sehr vorsichtig und leicht verdünnt auch auftragen um sozusagen diese struktur zu haben ohne dass das jetzt das helle grau abdeckt ja auch hier wieder ein bisschen getrocknen bürstet einfach die highlights hervorzuheben das waren die flügel wir gehen mal hinten weiter der schwanz den habe ich mit geld warbrach als hauptton genommen geld warbrach red also ein sehr schön dunkles rot das fand ich dann sehr schön für diese seeschlange habe dann hier mit deutlich helleren rot dem wet stacker red diese stacheln gemacht blaue augen dann eine incuby darkness zunge das ganze auch getrocknen bürstet erst mit changeling pink also einem leichten pinkton und dann auch noch mal vorsichtig mit dem long beard gray damit es einfach das ist immer ganz gut bei so vielen farben die man eine figur hat dann mit einem ähnlichen trockenbürstton drüber zu gehen um sozusagen das ganze ein bisschen einheitlicher zu ziehen auch hier seht ihr habe ich mit einem pinsel den farbverlauf gemacht wie ich diese farbverläufe male also ich weiß es gibt ja viele leute die dann auch mit airbrush arbeiten wobei ich hätte ich es gar nicht gewusst wie man das machen soll bei so vielen verschiedenen farben es geht ja eigentlich nur bei einem farbverlauf ist ich lasse sozusagen beide seiten relativ feucht wenn wir der farbe und sie dann mit so einem schwingpinsel ist das das ganz vorsichtig ist je nachdem wie ich den verlauf haben will ich glaube in dem fall habe ich sozusagen von hier darüber gezogen und bevor ich den nächsten ziehe muss ich ihn aber schön sauber machen weil ansonsten vermische ich die farben und haben sozusagen nicht diesen gezogenen farbverlauf also das habe ich auch mal als technik gesehen und fand ich sehr sinnvoll und die ergebnisse noch sehr schön kommen wir vorne zu den schädeln hier haben wir erstmal diesen adler den habe ich in der tat schwarz gemacht also insofern da gibt es gar nicht so viel zu sagen einfach schwarz gemalt da habe ich jetzt auch keinen farbverlauf gemacht weil die Federn hier sehr schön aufgesetzt sind auf die haut also sozusagen da gibt es keinen übergang insofern habe ich sozusagen nur die aufgesetzten federn hier schwarz gemacht dann mit dawnstone einem dunkleren grau getrocknen würstet und dann auch ganz am ende mit dem longbeard gray grüne augen hier ein bisschen violett oder pink ist das in den schnabel rein und das aber auch mit viel schwarzem shade um sozusagen diese angleichung zu haben dann diese seelschlange habe ich grün gemacht das fand ich dann natürlich sehr passend caliber green also ein sehr dunkles grün hier in der tat wieder mit fahrt verlaufen dass er ineinander übergeht habe dann hier oben diesen kam mit grau vorgemalt auf dem ultra gray und dann bin ich jetzt im kontrast sehr viel stärker reingegangen deswegen ist auch sozusagen der farbeffekt stärker mit warp lightning habe dann das ganze auch hier wieder getrocknen bürste diese pusteln rot gemacht hier vorne das sind sowieso aus erhebungen die wahrscheinlich irgendwie auch schleimkammern oder feuerkammern oder was auch immer sind die habe ich auch noch rot gemacht habe das ganze auch hier mit zwei trockenbürstönen bearbeitet zum einen mit dem niblet green das ein sehr schön heller grünton ist sehr vorsichtig sonst wird es zu grünlich und dann auch hier wieder mit dem grau drüber die stacheln hier noch in verschiedenen tönen gemachtes von grau mit tyrant skull dann darüber und ich finde auch die die schlange ist sehr schön geworden gelbe augen die dazu leuchten passt da sehr gut zu und dann haben wir noch diesen feurigen löwen den habe ich entsprechend auch orange gemacht schultz layer orange bin dann mit naleneul also mit dem schwarzen shade reingegangen um einen schönen kontrast zu haben auch hier wieder zwei trockenbürstöne erst das kindle flame und dann das longbeard gray habe hier oben diese stacheln noch leicht mit knochenfarbe auch hier nur getrockenbürstet und hier vorne wie mit einem dunklen rot bergner burgundy und dann vorne weiß oder grau getrockenbürstet die zunge in einem what's decker red und auch hier vorne orange mit ein bisschen kindle flame ein paar knochen highlights drauf eher dunklere zähne morges bone und auch hier wieder reichlich mit naleneul geschädet graue nase noch ja das war die chimäre hat noch den boden gemacht der boden ihr seht es auch schon beflockt die idee dahinter ist ein von sens magie verseuchter schnee boden deswegen habe ich damit jeans dealer purple dass die grundlage gemalt bin dann mit dem schnee strukturen weil hell blizzard darüber gegangen um sozusagen hier diese strukturen zu haben habe die mit tuch wie weit also dem violetten schade violett gemacht und dann der snow flock drüber aber sehr vorsichtig dadurch scheint es noch schön violett durch aber man hat die schnee oberfläche und so wollte ich das ja also insofern kann ich jetzt hier schon mal stolz sagen dass die chimäre damit fertig ist es fehlt noch der armee general und was könnte es besser sein als ein hexer des zentsch auf einem flug dämon das finde ich passt dann sehr gut das modell ist auch einfach hübsch das games workshop modell fügt sich extrem schön in jede zentsch armee ein und ist auch relativ flexibel dadurch dass er fliegen kann und aus verschiedenen positionen seine zaubersprüche loslassen kann grundsätzlich blau gold das sind die farben des zents und die finden sich auch hier wieder ich habe hier unten eine blaue flamme gemacht die habe ich so gemacht dass ich erst mit einem hellen blau ton bahn und übergang bin und dann verschiedene kontrast und shades mit azure man blue er die unteren teile dieser flamme gemacht teuren skull das ist das schade dann teuren blu entschuldigung teuren skals natürlich teuren blu die oberen teile dann in die innersten dinge noch mit dragon hofft nightshade den dunkleren reingang und das ganze dann weiß getroffen wird in diesen flammen effekt zu haben die disk an sich habe ich mit knacktag alloy gemacht auch ein sehr schöner farbton der sich zwischen gold und silber befindet und dadurch sehr gut eignet um solche strukturen zu machen habe dann hier leicht mit schade um die struktur nachgezogen davor in diesen schlund erst mit viol mit rosa also wird so ein ganz knalliges rosa von pink gemacht die tentakel die auf denen der auch steht und die hier unten rauskommen dann mit einem kräftigeren rosa dem pink horror was ja auch zu zentsch passt weil die pink horror sind ja die rosa horror sind ja eigentlich ja die einfachen dämonen soldaten und dann koelia greenshade das sozusagen grün gezogen davor noch leicht getrocknen würstet mit skink blue also ihr seht auch so rosa wirkt jetzt gar nicht mehr rosa weil man es einfach da reingearbeitet hat aber finde ich wirkt dadurch sehr schön zentschig sehr helle zähne gemacht nur leicht dann geschädigt um ein bisschen mehr struktur zu bekommen und ja dann hier unten hat er noch so riffelmuster diese disk und die habe ich mit einem blut blauen glace gemacht das gab es früher mal als farbe sehr dünner ton der aber sehr hell ist könnte man wahrscheinlich heute auch einfach mit einem hellen kommt ist also zum beispiel der basur mein blut und schichten ähnlichen effekt raus und das ist sozusagen das magische dass das zum schweben bringt grey night steel habe ich die klauen hier die klingen hier gemacht vorne dann mit stormhouse silver die schärfen und diese kleinen zentsch symbole habe ich noch mit dem kontrast violett laksion purple kann ich nicht so gut weil ich nicht so lange habe violett hervorgehoben damit es leuchtet dann kommen wir zum hexer an sich der hat eine haut aus deepkin flash das auch noch mal ganz vorsichtig mit coelia green shade bearbeitet ist und das wirklich vorsichtig weil sonst wird es zu blau also da musste man wirklich ja ich habe es auch sogar leicht verdünnt also den pinsel erst in wasser getan dann ganz leicht in das coelia green shade und dann sowohl im gesicht als auch sozusagen hier über diese eingewachsene hexerkrone und hier unten an den füßen entsprechend drüber gegangen das ganze dann noch mal weiß getrocknen bürstet den umhang hier auch mit einem farbverlauf gleiche technik wie vorhin bei der chimäre unten airman blue oben das beherrott blue und das ganze habe ich dann in den falten mit einem violetten shade gemacht also nicht mit dem breaking of night einfach um noch mehr farbkontraste und magisches reinzubringen und dann habe ich die noch mit einem goldton getrocknen bürstet weil das fand ich jetzt auch beim zentschen gerade beim hexer passen der dann so eine gold schimmernde robe hat die rüstung sehr hell gemacht mit silber und gold umrandungen das finde ich jetzt in dem fall sehr passend normalerweise ist ja das dämonische eher dunkel aber der herrscher des wandels mag es eben auch hell und glänzend entsprechend habe ich das gemalt blaue federn hier die ich mit einem blauen grundton gemacht habe die spitzen mit kaledor sky und dann das ganze mit briar queen chill überzogen um diesen effekt zu haben ein buch ein blaues hat er noch was in goldenen blättern besetzt ist und dann eher dunkleres pergament hat hier hat er noch eine pergament rolle hängen einen stab den ich mit skallgrächer breast habe ich den stab gemacht und hier oben dann dieses zählisch symbol auch in verschiedenen metall tönen und das ganze noch mal mit trading of nightshade bearbeitet ein dolch mit einer dunkleren spitze und an einer helleren klinge fand ich den übergang auch ganz cool blauer griff und dann hier ganz viele kleine highlights die augen habe ich dann noch so gemacht die er dahinter ganz viele zentsch augen dass ich die nachdem ich sie bemalt habe noch leicht mit diesem laxion purple violett schimmernd gemacht habe das passt auch ganz gut und insofern ist jetzt auch dieser armee general hexer des zentsch fertig und zusammen also das hat es wirklich spaß gemacht also diese großen figuren schöne chaos krieger figuren sind wirklich hübsch da ist auch wieder games workshop hat sich einfach selbst übertroffen tolle modelle hier design das hat wirklich sehr viel spaß gemacht ja und so wie ich die mit schnee überzogen habe ich auch die anderen kleinen truppen mit schnee überzogen ist eine sehr kleine armee 750 punkte mit zentsch's wahnsinn krieger des chaos und die seht ihr jetzt hier und die ist fertig danke fürs einschalten diese woche ihr habt gesehen tolle kleine armee fertig gemacht mit wirklich sehr schönen modellen das macht einfach spaß so aufwändige große modelle zu malen nächste woche geht es dann weiter mit mehr armeen und ich hoffe dann schaltet ihr auch ein das jetzt gerne like da und wenn ihr den herrscher des wandels mögt dann auch vielleicht ein abo und dann würde ich mich freuen wenn ihr nächste woche auch wieder dabei seid ciao ja jb und